Lässig distanziertes Mitspielen gelingt bei diesem Spiel garantiert nicht. In einem echten Rollstuhl sitzend, mit Kopfhörern und einer Oculus Rift Datenbrille ausgestattet, navigiert sich der Spieler durch die virtuelle Realität eines Horrorszenarios im Krankenhaus. Das echte Ganzkörpererlebnis wird durch reale körperliche Aktionen unterstützt. Direkte Berührungen, Düfte, Spritzwasser, Wind, Stöße und Vibrationen parallel zur interaktiven Spielhandlung lassen in diesem 4D-Kinoerlebnis Realität und Spiel verschmelzen. Wake Up ist mit der notwendigen Inszenierung der Effekte extrem aufwendig und mehr als ein Spiel. Vielleicht eher eine Performance oder eine fesselnde Installation für Eventveranstaltungen. Mit Gruseln und Gänsehaut vergibt die Jury im Sonderpreis Games eine Anerkennung an Christoph Holtmann und seine sechs Kommilitonen der Mediadesign-Hochschule Berlin.